Hallo meine Freunde zu einem neuen Let's Play Digging Light und das hier ist so ein Horror Game. Es geht um Zombies, dieses Game hier. Und nur als Tipp, es ist eine Demo. Es ist nicht ein ganzes Game, es ist nur eine Demo. Ich zeige euch einen kleinen Einblick in das Game. Wir sind hier ein Menschen. Und hier zeigen sie uns die Erklärung. Das kann ich mir eh nicht merken. Ich habe das Game selbst erst einmal gespielt. Und wegen dem kenne ich mich auch nicht so an. Ich spreche auf Englisch. So. Okay. 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 Also, remember to check your radar for icons representing various gameplay activities. So, wow. Wo sind wir jetzt? Okay. Bla bla bla. Lachen wir denn nicht? Psst. Kupel. Hier drüben. Ja, was ist? Hallo. Oh. Hier sind die Preise ja mega teuer. Okay. Okay. Ich will das mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Und hier sind die Zombies jetzt. Sie rennen jetzt mit dem. Ich weiß, sie wollen sicher, dass wir online spielen oder so. So schlecht bin ich nicht. Und hier ist es wie so angek behandelt und herzzelliert. Es liegt ganz richtig Unknown. Und wir müssen hier ein bisschen Das ist so wie ein Ziel Und ich muss dorthin, das ist auf der Karte Ich kann nicht einen anderen Weg nehmen, weil ich muss dorthin Ja, hallo, Bro Ja, ja Okay, richtig Und sie haben uns vorher gesagt Und sie haben nicht geblieben Ich bin schon 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 Nicht nur Jetzt Ich bin schon Ich will die Kassel wegschlafen. Wenn man hier als Leben nicht mehr macht, dann kann man einfach die Nutzung mit Arme sparen. Und dann sind wir schon ein wenig zu tun. Das geht für dich die Beine, Frau. Ja, ach, ist doch egal. Wie ist die Nutzung von Arme? Ach, ich will die Nutzung von Arme. Wie ist die Nutzung von Arme? Für uns alle? Aber das ist ein richtig cooles Game. Jetzt ein bisschen auf das Dach gehen. Und wir laufen von uns einfach weg. Ah, wir müssen in diesen Bereich hier gleich. Oh, warum? Wow, was ist passiert? Und ja, ich würde jetzt sagen, ihr habt genug den Einblick bekommen für das Game. Und wir sind hier jetzt auch noch in einem anderen Ort. Das bedeutet, wir waren vorher in einem anderen. Und unten zeigen sie uns die Zeit, wie lange wir die Demo können laufen. Aber das wollen wir eh nicht wissen. So, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis nachher. Ciao. Ciao.